Ich erwarte mir, dass ich ein paar Einblicke kriege hier in die Ateliers und in die Werkstätten und ein bisschen sehe, was hier gemacht wird und ein bisschen mehr über die Uni herausfinde, weil eigentlich weiß ich jetzt fast gar nichts darüber bis jetzt, aber es wird sich jetzt bestimmt ändern, hoffentlich. Ich werde einfach mal so ein bisschen dieses Studienleben kennenlernen und einfach einen Eindruck bekommen. Sich auch so erstmal zu gucken, wie sowas aussieht, also der ganze Campus, wie die Studenten hier arbeiten und dann auch einfach, welche Möglichkeiten es gibt an Studienfächern und auch Projekten und so weiter. Also ich hoffe, dass ich einen schönen Einblick hier in die Universität kriege und was man hier alles so machen kann. Bis jetzt sieht das echt toll aus, so mit den Werkstätten und so und ich bin mal gespannt, was man noch weiter so machen kann. Ich finde sie sehr gut bis jetzt. Also am besten gefallen mir hier die Modelle. Die sind großartig dazu zu sehen, wie der Entwurf ist und dann wie es umgesetzt wurde. Und die Werkstätten fand ich auch sehr interessant, wie viele Materialien und Maschinen es da gibt und so. Die sind großartig dazu zu sehen, wie viele Materialien und Maschinen es da gibt.